hi leute und hier ist der balas ja ihr seht mal eine aufnahme von minecraft aus meiner sicht aber das ist was anderes das ist nicht unser standard minecraft let's play sondern ihr seht da da steht schon der askandra hallo askandra hallo balas ja moin und zwar habe ich hier ja einen server und ja da haben wir ein bisschen was hier umgebaut ein bisschen so private einstellungen also nicht unsere typischen display einstellungen und den wollte ich jetzt einfach mal mitzeigen da wollten wir mal eine runde gehen hey häuser zeigen wir fangen mit häusern an hier haben wir askas haus wer könnte da wohl wohnen man weiß es nicht ich mache ich mache einfach mal die tür auf ganz frech so sie haben wir auf alle fälle schon mal einen verlegten teppich sehr schön das ist etwas spartanisch eingerichtet ja besser ist bei mir bei mir ist ja das werdet ihr gleich sehen so hier zum beispiel hat der aska ein sehr schönes ausgebautes lager hallo moin askas lager hier öfen workbench alles in die wand eingefasst schön mit hier drohen überall oben sind da muss man überall nach oben gucken und darf nicht springen so kriegt man kopfschmerzen au 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 er kennt sich nur aus wer eingelagert hat schau mal was haben wir denn da zum beispiel denn nichts und da okis und da ganz oben ja hier unten der gehört da gar nicht hin ich brauche doch schilder oh hier ist erde ich habe erde gefunden ok genug in als gas zeug so rumgeschnüffelt hier haben wir als gas verzauberungsraum der wahrscheinlich noch nicht genug eingerichtet ist da sollen bestimmt noch mehr bücherregale rein damit die verzauberung effektiver sind hier seht ihr übrigens mein wundervoll aufgeräumtes inventar ja bald hast du gehst nie fahren so ich versuche mal kloster zu verzaubern oh es geht nicht ist ja doof so das ist doch klasse ja ich baue lieber bauen macht viel mehr spaß ihr werdet hier auch noch einige angefangen und unvollendete projekte sehen die sehr legendär sind das muss man sagen so aber dazu später mehr so erstes obergeschoss was soll das hier werden oder was soll das darstellen ich glaube da gehört ein bett hin wo kannst auf den teppich kein pitch stellen das weißt du doch mit terrasse mit ausguck ja hier unten sind wir reingekommen da können wir auch so da hinten steht noch mal ein haus da gehen wir auch noch mal rein da steht ein haus da gehen wir auch noch mal rein bis die leute bloß stellen das haben sie davon wenn sie hier spielen selber schuld voll gemein von mir und natürlich kann man auch noch aufs dach das will ich mit na was ist das was ist das beim pool das kannst du gar nicht schwimmen deswegen geht er nur bis zum knöcheln richtig ja von hier oben haben wir auch noch mal eine schöne aussicht da ist noch mal ein haus das ist wahrscheinlich irgendwie von irgendwelchen vollidiotens haus das könnte meins sein das ist wunderschön das ist das schönste aus das es gibt da drüben ist noch mal weiß und hier und da hinten ist der dschungel dschungel gibt es aber eigentlich nichts da ist auch noch mal ein haus aber da gehen wir jetzt erstmal hin wir gehen jetzt weiter die runde abwärts übrigens auch hier die fenster sehr schön sehr schöne nuancen gesetzt mit stein und zäunen natürlich lob an den küchenchef so das ist das wichtigste genau türen zu hier übrigens ach nee die die widmung hast du abgenommen an der seite des hauses warum das denn war die peinlich okay dann gehen wir erstmal zur nachbarschaftshilfe natürlich nur und hier das ist das häuschen von wien alle ja moment hier ist ein schild drin setzen schild aber mal was schreibt das kann man für schild ich bin gespannt noch sehen wir nichts ja das sind natürliche aussagen das sind werbe aussagen die machen natürlich viel her ja auch hier alles noch im bau der ganze server ist noch nie also das läuft hier noch nicht so lange unsere einstellung und ja wir sind ja alle so ein bisschen noch in der in der bauphase sage ich mal ein paar leute sind eher am fahren da mehr spaß dran haben aber ich baue lieber die auch ein sehr schönes lager ich weiß nicht wer von wem hier inspiriert wurde für sein lager ich möchte ja auch keine bösartige unterstellung machen hier haben wir dann alles beschildert was wo drin ist aber das geht uns eigentlich nichts an was in fremden thron ist weil wir sind ja liebe leute oder was sind wir lieb nein so hier haben wir hier haben wir den ofenraum das ist so das koch domizil und hier geht es weiter runter in so einen eigenen mineneingang zu unserer gemeinschafts mine die glaube ich nicht von allen genutzt wird und natürlich hey ihr kennt ja unser server liegt in england es regnet mal wieder moment ich kümmere mich da kurz mal drum so als nächstes gehen wir rüber in ja da machen wir nur eine kurze kleine besichtigung drin das ist tessas haus ist wie wie man am schild sieht an der construction hier sind blumen davor gepflanzt und da ist eine melone da muss noch ein bisschen gearbeitet werden hier hat jemand die tür offen gelassen als er durchgegangen ist das war wahrscheinlich ich bin ich voll unverschämt aber egal das passt ja gut zu dir ja das ist der böse ball das ne hier ihr seht auch hier alles sehr sporadisch eingerichtet es geht gibt sogar ein obergeschoss glaube ich das schlafzimmer zumindest lässt das bett darauf schließen es ist ein großer schlafzimmer stöße den kopf nicht da geht es nicht weiter geht es nicht weiter da oben kann man sich wieder kopfschmerzen abholen das will ich jetzt nicht ich war schon an der kiste ich habe migräne und wir haben sogar ein bild von dem hund also bei mir ist ein hund ich weiß nicht was bei asker ist bei mir ist es ein typ mit starb ein typ mit starb ja ein typ mit starb wer kennt die nicht den typen mit starb hier tessas lager was ich sagen muss was ich relativ interessant finde das finde ich ziemlich lustig von der optik her durch die haupt slabs halt so hier kann man auf den haupt slabs runter kann dann nicht rüber gehen weil es dann zu hoch wäre und hat dadurch die einzelnen gänge finde ich ist eigentlich auch eine sehr schöne idee gut beim obergeschoss sollte es aber vielleicht da sollte man auch noch ein bisschen das dann anpassen dass es auch in die richtung geht aber finde ich auf alle fälle richtig klasse und hier ist der eingang zu tessas mine das war übrigens mal ein haus da ging es nur steil nach unten drin also es war ein loch mit einer mit einem scheiß haus rum drei mit einem mit einem mit einem hier mit einem plumpsklo dazwischen so ich stelle mal schnell noch mal die zeit um wir haben wieder tag das war einfach dann gehen wir hier als nächstes diesem seltsamen gebilde von irgendeinem psychopathen das haus na da kann ja natürlich total verwachsene ja hier total verwuchert also das muss voll der messi sein der hier wohnt ich weiß ja nicht ich glaube hier wohnt ballers wahrscheinlich das ist auch übrigens mein haus also das hier sollen natürlich weinranken darstellen auch wenn es efeu ist und meine frames brechen gerade ein ey hau meinen öfer nicht kaputt äh meine weinranken der ist bestimmt bald reif ich bin gleich wieder da bis gleich so da sind wir wieder ich habe jetzt mal ein bisschen die sichtweite runtergestellt ich hoffe sieht auf alle fälle besser aus von dem was es und wie es läuft ich glaube es dürfte jetzt auch für euch ein bisschen flüssiger sein so das ist mein haus das ist der eingang hier also wir sind hier die runde rum gegangen an den weinranken vorbei wie euch vielleicht noch erinnert und das ist dann schließlich der epische eingang in eine kleine kammer in der nichts ist das ist mein eingangsbereich hier ist dann das wohnzimmer da ist nichts auch das ist voll spannend hier ist ein anderer raum mit einer truhr drin wo er da drin ist also fast so gut wie nichts und eine leiter natürlich ins obergeschoss hier kommt das schlafen leisten das ist einfach vom platz her und ich finde das einfach so ziemlich cool weil vom platz her würde es sonst nicht ausgehen und ich fand die ziemlich ziemlich klasse hier haben wir natürlich dann ein fenster nach draußen auf die terrasse auf die wir gleich gehen da ist mein bett kann ich schlafen morgens werde ich von der sonne geweckt oder auch nicht ich weiß gar nicht ob ich hier richtig das haus ausgerichtet habe dafür egal obwohl ich habe auch keine treppen so und hier ist schließlich meine terrasse auf der sogar eine workbench steht hallo workbench man kann hier durchgehen so dann kommen wir gleich noch dazu denn jetzt geht es erst mal in meinen keller über den kommen natürlich nicht im haus sondern außenrum viele leute sagen sie finden den keller verwirrend ich weiß ja nicht warum hier haben wir einzelne parzellen so jeder kommt noch kisten rein sind natürlich nicht drin wie man es halt so kennt der ballers macht und fängt immer irgendetwas anzubauen und macht es nicht zu ende so soll das dann im grunde am ende aussehen hier eine kiste unten eine kiste oben unten oben und oben steht dann immer dran was in den verschiedenen bereichen drin ist koppel lager holzlager verschiedene hölzer so was soll in die richtung hin hier unten mache ich dann vielleicht noch mal öfen hin oder so das weiß ich alles noch nicht das ist noch alles in arbeit an der construction so als nächstes haben wir das angefangen haus von aber da können wir auch eine kurze führung durch machen eigentlich weil es auch nicht wirklich viel da drin ist kisten workbench eigentlich sind wir damit auch schon durch leere räume sogar noch grasboden da geht es runter in der eigenen mine behaupte ich mal oder oder in keller der noch nicht ausgegraben ist und hier kommt da noch ein obergeschoss hin schätze ich einfach mal das war ich einfach mal ganz frech zu behaupten ach das wird eine dachterrasse bestimmt so haben wir hier drüben auf der seite noch was in dem raum neun natürlich nicht damit haben wir hier diese führung abgeschlossen und was ich gerade von oben natürlich gesehen habe der baum dieser baum hat hat eine geschichte dann er wurde einmal abgebaut von vinalia ganz frech und aber hat sich dann natürlich beschwert also aber kennt ihr vielleicht noch aus unserem hier sagen wir left for dead let's play und dann hat sie ihn natürlich neu aufgebaut das ist der baum 2.0 ist wunderschön im baum 1.0 habe ich abgeholzt okay das kann er hat den ganz frech abgeholzt deswegen gibt es das baum 2.0 klaut euch hier echt alles unter der nase weg ich glaube da muss ich echt mal machtwort sprechen so jubi hat zwar auch rechte für den server also rechte auf den server hinzukommen hat aber soweit eigentlich soweit ich weiß noch nicht wirklich was gebaut doch hier hat was angefangen komm mit oh oh asker asker weiß mehr als ich ja wir laufen hier ja ich habe hier wir haben wir können hier nicht fliegen das finde ich voll gut asker oscar läufst du ok ich glaube da ist er weg oder ich bin weg wahrscheinlich hier oben irgendwo ok da ist die scan verbindung abgeschmiert mal schauen ob oscar gleich wiederkommt kann ich was abbauen ja nein es kommt kein blog nach oscar ja ok du bist wieder da wo bist du hin wo bin ich ok wer hat sich gerade aufgehangen ok ich hatte mich dann scheint gerade aufgehangen aber ich bin wieder da alles läuft alles cool ok jubi baut sich wieder so ein erdloch buden dinges oh mit schießschaden an der seite sogar drin alter wie dunkel hat er das hier gemacht wenn man da irgendwie was finden hier so dass das obergeschoss ja sehr spannend bisher es ist viel zu dunkel der muss den scheiß maus leuchten hier da da wieder so eine indirekte beleuchtungs quelle da reingemacht finde ich interessant haben wir ja auf unserem let's play server wir vielleicht ja wisst in der bibliothek auch so alle gemacht erst mal die hat wieder rausholen die john rambo hand des todes so damit haben wir jubis erdloch abgehandelt jetzt kommen wir natürlich zu den größeren bauten die ich allein beziehungsweise die wir zu zweit angefangen haben also der großteil ist eigentlich von asker und mir muss man sagen deswegen habe ich mir auch den dazu geschnappt zum aufnehmen das ist das kann übrigens ein großer teil auch nur von dir ist ja wir machen auch nicht die komplette runde weil das sind ein paar sachen die werden nicht gezeigt das ist so privat zeug von mir die aus einer zeit kommen die vor meiner ich bleibe nicht in mir stehen die vor meiner aktiven zeit irgendwie sind die persönlicher natur sind sagen wir es so so also hier haben wir einmal auch wieder ein geräteschuppen wie ihn ja vielleicht auch kennt bei einem kleinen feld er ist unsere kleine farm genau unsere kleine farm mit getreide 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 und getreide und der englische server schlägt wieder zu downfall so fick dich regen wir hassen dich so hier die schaffe die schaffe kann man vielleicht erkennen doppelte gitter damit sie nicht entkommen sie tun es trotzdem die entkommen die ganze zeit und ich habe schon wieder frame einbruch wir sehen uns gleich wieder dann gehen wir hier durch diesen gang und schauen was uns da erwartet so und damit geht es auch schon wieder weiter irgendwie hängt sich mein minecraft die ganze zeit auf ich muss mal mit ihm sprechen was er umgestellt hat so jetzt kommen wir hier zum lager das ist übrigens bisher komplett von mir designt ich glaube das wird wahrscheinlich auch so bleiben hier oben haben wir eine leuchtquelle aus glowstone die ich ihnen präsentieren möchte meine damen und herren glowstone hier so besser gefärmt genau asker ist mein glowstone farmer hier mein truenbaum da sind so die verschiedenen tunen dann drin da wird dann noch alles so ein bisschen sortiert also hier ist halt noch gar nichts eingelagert weil ihr seht auch hier noch nicht fertig gebaut ein paar sachen haben schon angefangen aber es ist noch in arbeit hier kommt dann noch ein zweites geschoss drauf und von außen muss das natürlich auch noch ein wenig verschönert werden ist alles in arbeit also von außen ist das auch noch so ein schöner klotz bisher da wird auch noch daran gearbeitet genau die schafe haben wir durch und jetzt kommen wir zu dem was wahrscheinlich askers und mein ganzer stolz ist oder ihr seht das gebäude schon hier auf der linken seite es hat ein bisschen größere dimensionen mit zwei brunnen davor zwei kleine brunnen übrigens gut unsere unsere lagerkisten während dem bau sind auch noch hier und da ist ja der eingang wir geben wir uns hinein in die bibliothek so frage spiel was ist das so ihr dürft in kommentaren versuchen zu erraten das gab ja du schreibst jetzt irgendwas um es zu lösen ich werde mich zurückhalten so hier haben wir unsere verschiedenen regal rein den teppichboden kann man sich so ein bisschen durch die bibliothek bewegen und bücher nehmen und lesen hier haben wir ein paar leseecken die wir immer noch nicht eingerichtet haben dazu dazu muss man sagen das haben wir irgendwie bisher immer vergessen bzw verdrängt und in letzter zeit ist es wieder aktueller geworden hier geht es ins obergeschoss ich finde ich finde auch übrigens muss man sagen unsere unsere fenster sind sehr schön geworden also auch so ein bisschen mit design und so das glasdach design von askandra möchte ich hierbei sagen auch der innenausstattung ist auch zum großteil von askandra wobei man sagen muss die äußere optik kommt eigentlich von mir oder wenn mich nicht alles täuscht hatte ich ja soweit die fenster gestaltet und alles ja die hast du gestaltet so und hier unten dieses mosaik kommt auch von mir das soll übrigens ein buch darstellen auch wenn man es vielleicht auf den ersten blick nicht so sieht es könnte auch ein schmetterling sein wie ich inzwischen schon erfahren habe aber ich finde ich finde man kann es schon sagen es ist schon ein schönes ein schönes buch und hier natürlich ein tintenfass mit einer feder dran schreibfeder das sollte aber relativ gut zu erkennen sein habe ich freischnauze designt ich glaube das kann man eher erkennen so hier so wie erkennt man so hier unseren zwischengang die verschiedenen fenster dann haben wir noch mal ein bisschen andere fensterform hinter der bibliothek ist übrigens unser netter portal wie man da unten so ein bisschen durchblitzen sieht da unten da ist es seht ihr es da da aber da ist eigentlich nichts interessantes drin so achso da hinten hat aber irgendwas angefangen zu bauen oder war das von dir das bin ich das ist dein turm oder mein tram 2.0 der turm 2.0 übrigens den hat er schon mal woanders angefangen aufzubauen allerdings hat er sich dann entschieden ihn doch ein bisschen anders zu designen als kann das turm meine damen und herren so jeder checkout und wir gehen natürlich direkt weiter in den garten ja hier auch wieder der garten ist der ist komplett von mir designt es handelt sich hierbei um einen begehbaren brunnen also ich wollte den brunnen bauen und habe mir überlegt was mache ich ich habe schon so viele brunnen gebaut und irgendwie und da habe ich mich für was begehbares entschieden man kann hier unten drunter durchgehen da oben ist das durch diese pfeiler hier wird praktisch das wasser einfach umgepumpt und läuft dann wieder hier an den seiten nach unten in die kleinen flüsse rein eine unglaubliche energieverschwendung aber who cares so ein bisschen hier überdachtes baldachina so mit so schön hier grünzeug und so weil jeder liebt grünzeug so kleine kleine ecken wo man sich entspannen kann wo ein bisschen abgeschieden ist die abgeschieden an ecken also naja klar wo man ein bisschen mit seiner liebsten fummeln kann und so gut hier ist jetzt nicht ganz so abgeschieden aber auch hier eine schöne ecke die bisschen gemütlichkeit verspricht und der gärtner wird natürlich hier ist natürlich eigentlich über bezahlt überall ist hier überall der das unkraut noch mit gewuchert hör auf das unkraut weg zu machen das ist sein technisch da vorgesehen okay das war mir nicht ja so ja da hinten ist dann persönlicher bereich das wird nicht weiter gezeigt ja ich glaube das war es dann soweit auch oder ja durchaus irgendwer hat hier anscheinend noch mal einen eingang gegraben zu einer mine oder war der schon länger da das war ich okay das war es kann das kann aber einfach eingänge zu minen und türme hinter der bibliothek den wir uns auch noch mal anschauen auch hier an der construction übrigens ihr wisst ja wenn der ball sagt hier wird noch gebaut dann wird hier noch gebaut um was für dimensionen das ist schon relativ groß das ja du kennst den anderen film ja also auch hier wieder ein sehr schönes großes gebäude übrigens das wird das kann er behaupte ich jetzt mal alleine bauen weiter oder ja vermutlich vermutlich so wie wir hüpfen auch noch mal nach oben ok weiter hoch komme ich hier glaube ich nicht sieht nicht so aus ok und das ist auch schon dann die kleine führung über unseren server gewesen je nachdem wenn sie es mal irgendwann wieder lohnt wenn hier mal mehr entstanden ist dann werden wir da natürlich auch noch mal kleine rundführung machen eventuell mit anderen leuten die hier auch mal bauen vielleicht kann ich da mal den einen oder anderen noch mit zu bewegen hier mal eine runde mit rumzulaufen weil seine eigenen bauwerke gedanken dazu vorzustellen und ja ich würde sagen es ist lange her dass ballers ein video gemacht hat jetzt ist mal wieder eins da und es kommen noch ein paar andere sachen dazu bis die tage tschüss tschüss